Hallöchen, Hallöchen zurück, Leute! Heute hauen wir die restlichen Batterien raus. Hoffe ich, ich hoffe das war schnell genug alles schaffen. Jetzt muss ich noch mal gucken, wir haben... Tralala, haben wir noch genug Sauerstoff oder müssen wir schon wieder waschen kaufen? Ich habe gar nicht mehr genug Sauerstoff. Aber egal, wir haben ein paar können wir, genau sechse können wir bauen. Dann hauen wir erstmal die sechs Batterien hier noch raus. Ah, muss nicht schick aussehen, ist egal. So, wo ist die Verkabelung? Da. Kabel drangebatscht hier. So, was wollt ihr hier? Geht weg. Die Schöne Batterien sind so. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 26, also haben wir knapp der Hälfte. Na, das könnte ja noch interessant werden. Jetzt gucken wir mal, wir brauchen definitiv noch Sauerstoff, um Kohlenstoff herzustellen. Genau. Magnetisiertes Fritt haben wir ausreichend. Also gehen wir mal, gehen wir mal auf Shoppingtour. Und nach den Batterien können wir dann nämlich endlich weitermachen. Dann können wir die ganzen Pflanzen anpflanzen. So, Sauerstoff. Da brauchen wir mal ordentlich, ordentlich. Wie bitte was? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das ist natürlich... Oh, ich habe es Dioxid. Brauche ich noch Dioxid? Ich bin gerade nicht sicher. Bestimmt. Bestimmt. Nehme ich einfach mit. Ob ich es brauche oder nicht. Egal. So, warten wir auf... Ja, da kommt schon einer. Der hat auch Sauerstoff da. Können wir ja hier... schon mal ein bisschen zack, zack. Äh, hallo? Startet nicht. Achso, hier ist ja Sauerstoff drin. Boah, Alter, was geht denn mit mir? Boing. Zip. Da sieht man den Wald von den Bäumen nicht mehr. So, kaufen. Die haben ja jetzt alle nur so eine Mini-Mengen, aber ist ja nicht schlimm. Die können ja gerne mal gucken. Was hat denn der noch? Bö. Oder auch irgendwie nix. Okay. Das ist dann ein sehr armes System. Gehen wir mal da hin. Wir brauchen ja ein bisschen mehr. Gestern hatte ich ja mal grob hochgerechnet, was wir brauchen. Reich Felsen. So, dann wollen wir mal schauen. Blip, 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 blip. So, hier 2.300. Das sieht doch gut aus. Uran, Gold, Silber. Uran könnten wir eventuell ohne brauchen, aber... Was? Atlas-Schnittstelle entdeckt? Wie jetzt? Da bin ich doch schon drüber hinaus. Das habe ich doch alles schon vor Ewigkeiten erledigt. So, ha, ha, ha. Na, wie geht's los? Ja, das ganze raffinieren, das wird schon, hm, ja. Interessant, interessant. Wir haben nur 26. Warum noch 24? Das heißt 2400. 2400 verdichteten Kohlenstoff. Das kriegen wir doch zusammen. Gut. Gut. Mist. Das kann man ja mal hier erstmal in den Hochleistungs- und das hoch ... ... das hoch... Give me a! Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Da haben wir noch 750. Ja, da muss ich noch ein paar mal los und shoppen. Aber ich traue den Raffinerien nicht über den Weg. Ich will hier das System jetzt nicht verlassen, bevor ich hier alles rausgenommen habe. Das kam ja mit dem Beyond-Update kurzzeitig mal ein Problem, das wohl behoben wurde, aber... Nein. Ich traue der Sache jetzt nicht. Da haben wir noch Kohlenstoff. Strom ist weg. Ist doch klar. Riecht ja noch nicht ganz. Zip, 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 zip. Und da ist er wieder da. Ha. Das läuft. Das ist wahrscheinlich wieder Tag. Vorstehender Sturm. Das ist ja auch nicht gut dann. Ach, hat er sich jetzt nicht gemerkt. Zurück hier, überdrehen. Ah, da war das schon wieder 5er. Ist auch fertig. Da geht doch Razi, Fazi. Ah, dass man nur noch 3 mittlere bauen kann in einer Basis. Das ist gemein. So, dann machen wir die noch fertig. Dann verbauen wir alles. Und dann gehen wir nochmal shoppen. Und so weiter und so weiter. Und dann werden wir es heute knacken hier. 50 Batterien, wenn wir mal hinkriegen. So, der war jetzt zuerst die Nummer. So, der war jetzt zuerst die Nummer. Und dann gehen wir mal bauen. Das ist ja natürlich hier nicht sehr schön. Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen Platz schaffen. Ja. So, schönes Ende ist. Ähm, quatsch. So, wir hatten, wie viel hatten wir? Ach, ich hab schon erwiesen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, also 28. Aktum 20. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 36 haben wir, oder? 2, 4, 6, 8, ja. 36, gut, dann brauchen wir noch Fürsinn. Fürsinnstück. Fürsinnstück. Das ist ja irgendwo da oben. Hinkriegen. Gucken wir mal, ob hier die Lager wieder gefüllt sind mit Sauerstoff. Müsste eigentlich mal gestern oder so. Sollte wieder voll sein. Sollte wieder nehmen. Sollte wieder gehen. 3, 2, 3. 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 18, 14, 15, 20, 18, 19, 19, 40, 15, 20, 20, 21, 30. ist doch lächerlich regeneriert sich das nur noch während der spielzeit das wäre natürlich fatal hier sind die lagerbestände eigentlich wesentlich höher jetzt warte ich mal hier auf das schiff das sieht doch schon jetzt anders aus 1706 das nehmen wir da gleich mal alles mit so der nächste bitte da hinten kommt da können wir schon mal ein bisschen was umwandeln so viel kohlenstoff kostet ja nicht da kommen die nächsten wenn sie irgendwann mal hier ankommen hallo na die lassen sich ja hier Zeit das ist irgendwie immer so wenn man wartet dann dauert es ich bin mir gespannt welchem Fazit folgen ob sie jetzt direkt hier rein fliegen oder hier wieder durch die station fliegen seit beyond war das ja leider alles ein bisschen verschoben habe ich bei dem eben nicht darauf geachtet na ich glaube die fliegen woanders hin die wollen nicht zu uns ist ja auch seltsam das ist was ist das hier das hat ich aber auch noch nicht guck genau okay das wäre mehr als merkwürdig na gut Simbo Simbo da waren wir auch schon Oka Oka hier immer mal da hin Ani Yoko Oka Oka na das sieht doch schon mir aus Ma ich hab's gleich, Uran und Dioxin, nice. Ach, ich nehme mal zurück. Da fällt mir gerade hin, warum brauche ich eigentlich 50? Der soll ja nur die Hälfte der Zeit speichern. Also reichen die doch schon, deswegen ist nämlich hier auch der Strom kurz bevor Tag war ausgefallen. Also sollte es jetzt reichen. Genau, wir haben da jetzt dann hier wild rumgerechnet. Da habe ich aber Batterie Energie für die komplette Zeit. Wir brauchen die doch nur die halbe Zeit. Also wird das reichen, gehe ich mal von aus. Ich muss noch ein bisschen was hier umwandeln, das wird sich ja dann zeigen. Was habe ich denn da gerechnet? Semira, Semira. Fürs nächste Projekt brauchen wir ja auf jeden Fall noch, haha, also das dann nach dem Farming hier kommt. Da werden wir noch ein bisschen mehr brauchen. Jetzt die Ball, äppelstückchen hier. Ja. 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 So, dann lassen wir die mal machen. Das ist natürlich hier alles voll. Hauen wir mal ein bisschen was hier drin. Dann können wir nämlich auch gleich anfangen mit Fump. Mit Ernten. So, wo habe ich denn jetzt eigentlich meinen schlauen Zettel hier? Da. Ich brauche drei Kuppeln mit Fizium. Drei Kuppeln. Wo habe ich denn eigentlich... Ich habe doch noch eine zweite angefangen, oder? Hätte ich schon wieder gar nicht gemerkt hier. Nee. Ich bin ja auch ein Typ, ey. Sollte sowas mal in einem Rutsch durchmachen. Gut. Fizium. Aber wir haben doch nicht nur eine Kuppel. Das ist doch Quatsch. Hätte ich mal doch Glaskorridore gemacht. Dann hätte ich das hier von hier aus vielleicht sogar schon gesehen. Ja. Unfassbar. Was mache ich hier nur? So. Ah gut. Erstmal. Boom. So. Davon brauche ich sechs Kuppeln. Das sind Zweier. Dreier. Vierier. So. Also noch zwei Stück. Alles klar. Machen wir. Bub, bub, bub. Nummer fünf und dann hier nochmal sechs. Und dann sind wir mit Frostwurz durch. So. Dann sitzen wir jetzt hier einfach mal die Magenkrampfblume. Ich bin gespannt, ob die den Namen irgendwann wieder ändern. So. Dann. Einmal zurück. Gamma Gras. Genau. Da haben wir erst einen voll. Voll? Voll. Davon brauchen wir zwölf Kuppeln. Das ist schon eine Hausnummer. Kriegen wir nicht mehr die. Ach, hier habe ich eh eine Blume. Aha. Uran fehlt. Echt jetzt? Warte mal, nimmt der das aus dem... Ja. Uran und Schick. Noch vier. Dann werden wir mal erst mal ein bisschen was wegbringen. Ach so, dann machen wir es doch anders. Dann machen wir Kristallsulfid hier mal kurz drinnen. Das hier brauchen wir. Gold brauchen wir erst mal. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Dann haben wir hier Fracht. So. Soll ich jetzt nochmal spechern? Ah, die sind schon wieder nachgewachsen. Dann können wir erst mal da hin. Hm. 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 Die anderen sind noch nicht nachgewachsen. Aber da oben sehe ich doch schon die nächsten. Da oben sind doch noch mehr. Jawohl. Da oben sind wir. Können ich dich schon. Quatsch hier, nicht so, so, so. Oh, doch kann ich das Dioxid nehmen. Mit Frostwurz bin ich hier fertig, brauche ich das Dioxid nicht mehr. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden, ansonsten müssen wir mal ein bisschen rumfliegen. Nicht wirklich. Schauen wir mal vom Berg. Aha, da ist der Fracht da, da ist überhaupt nichts. Ach, die und die, es fehlt auch immer an allem hier. So. Was ist das? Das sieht schon cool aus. Das sieht schon echt cool aus. Okay. das dauert noch ein bisschen bis es geladen wird wenn ich jetzt von weiter oben gucke kann man ja nicht geht ja nur aus exofahrzeugen ich hätte jetzt gerne Ego ansicht das sind aber auch immer nur ganz kleine ansammlungen hier schade schade ist das was nüchte 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 naja das sieht schon etwas besser aus hier ich denke mal da werden wir morgen auch noch mit dem wir zu tun haben und da ist aber einer naja 500 500 626 20 Schön, schön, gibt es hier ein paar. Die Ausbeute ist im Dauerhafter-Tot-Modus definitiv geringer. Was haben die denn hier gemacht? Schwebendes Kammergras. Muss man hier natürlich ein bisschen mehr sammeln. Oh, hier will schon wieder irgendwer was. Irgendwer will mich auffressen. Wird der Kleiner wahrscheinlich nicht. Ich verstehe, wird keiner aufgefressen. So. The next one, please. Da. Wie viel haben wir? Ja, wird er langsam. Da müsste ich mich erst durchschlagen mit der Machete. Das war's. Und die kriege ich noch. Zip. Ne, komme ich nicht ran. Jetzt. Ja, sehr schön. Na komm, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal hier noch. Ich muss mir ja nicht lange suchen. Ich muss mir ja nicht lange suchen. Ich muss mir ja nicht ran. Ich muss mir ja nicht verwerben. Nichts. Jungs. Hallo, ich. Hallo, ich. Sturm. Okay, fliegen wir erstmal zurück. Und, ja, dann werden wir morgen, morgen auf jeden Fall, weitermachen. Wenn wir die Dinger erstmal einpflanzen. Ja, zwölf, zwölf Kuppeln. Naja, zwei haben wir. Das ist noch ein bisschen was. Oh, stürmisch, stürmisch hier. Ja, Landefeld wäre auch noch eine richtig coole Sache. Ja, Leute, dann würde ich sagen, äh, bis morgen. Tschaui. beondBean, bee nieuws. ums IPV… Vielen Dank.